Ich glaube, der zentrale Punkt ist, und da ist man als Experte, als Fachmann immer ein bisschen gefährdet, wie heißt das so schön, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und hier ist es auch so, das Thema Marke, das Thema Brand, das muss am Ende dem Stakeholder, also dem Kunden, dem Mitarbeiter, auch dem Aktionär und der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, den Gefallen, die muss damit leben können und sich damit identifizieren können, nicht der oder die, die das umsetzt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich da nicht zu sehr verspielt in seine Expertenrolle, ich baue jetzt eine neue Marke für meine Firma. Es muss all denen da draußen gefallen.